Und damit Willkommen zurück zu Zeest War of Mine. Da war er letzte Nacht richtig schön erfolgreich im Ausräumen. Der steht hier gerade. Ah ne komm der ist sehr müde, der geht schlafen. Ja, ja, man kann auch später noch kommen. Und da hin. Der geht mal da hin. Wie bericht er jetzt? Ich kann immer noch kein Bett bauen. Wow, mir fehlen 5 Holz im Bett. Leck mich doch. Das ist dann natürlich Pech. Ah, Messer kann ich überbauen. Warum war das? Der geht mit Essen. Ja, wir brauchen jetzt Baumaterialien. In der nächsten Nacht. Gut. Nur mal kurz. Okay. Mal lassen. Ähm. Weiche Dietrich habe ich denn? rein. Okay. Marvel ist sehr müde. Da geht Marvel schon mal da runter. Der geht jetzt was essen. Okay. Wir brauchen jetzt erstmal dann Baumzeiglin. Ja gut. Und falls der Händler kommt. Ich hab zweimal Schmuck. Ich hab zweimal Schmuck. Aber da kommt niemand. Naja. Da. So. Ne. Ah, halt. Da ist der Händler. Na ja. So. Ich brauche Baumaterialien. Und erstmal. Da. Dazu stehen die Dinger hier vom Kopf. So. Haben wir noch mehr. Noch zwei Bücher. Und hier. Vier von und. So. Und dann. Und dann. Ja. Und jetzt will ich von dir dann. Na ja. Na ja. Na ja. Hier. Holz nicht. Hier. Sieben. Wasser. Zucker könnt ihr auch haben. Ah. So. Und hier. Die Kräuter. Ich brauche die nicht. Erstmal. Die Kräuter. Die Kräuter. Die Kräuter. Okay, rein, zurück. So, dann hat er. Was ist das? Ah, Tür zu So, dann wollen wir nämlich jetzt ein Bett Platz hier Ne, du wirst jetzt gleich mal gucken, ob wir das schon abgräten können und was uns dann fehlt Weil dann guck ich, dass wir das vielleicht jetzt bekommen 12, 6 und 1 12 Holz 12 Bestandteile 6 Holz Und ein Elektroteil So Ne, das ist doch ein Elektroteil Ah, elektrische Teile Zellte Hier brauch ich noch viel mehr für, glaub ich Aber auch da 12, 6 12 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 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 17 Wir könnten noch ein Bett klöppeln, aber... Ach, wir können den Herd herstellen. Was ist das denn? Dann können wir gekochte Sachen machen. Auch noch mal besser als nur das Fraß. Na, 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 na. So. So. Das hier wird euch jedenfalls noch zugemacht werden müssen. Und das. So. 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 Wenn ich jetzt noch ein Bett bauen kann, dann mach ich das. So. 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 Was nimmst du mit? Wir suchen jetzt mit Baumaterial hier. Ich weiß jetzt was, ich hab mir die Tür da oben nicht aufgenommen. Hier war ja nur die Ratte. Alles nehmen. Alles nehmen. Pufflix raus. Alles nehmen. Kräuter, ihn weg. Die brauch ich nicht. Aber die will ich nicht. Ja auf jeden Fall. Also wie hier das Holz anders. So, dann knack mal hier das Schlösschen. Da ist ja wohl unsere Ratte. Aber jetzt hier den guten Stoff. So, ich lasse aber jetzt sieben Zucker hier. Nimm das dafür mit. Ich brauch noch Dietrich. Das treffere ich auch. Di Coronavirus? Das treffere ich hier. Ich kenne mich nicht nur kurz. Kannst du uns das Schlösschen? Ich kenne mich nicht nur kurz. Nee, Wasser brauche ich denn wirklich? Okay, dann haben wir das auch schon wieder geschafft für heute. Dann gucken wir jetzt gerade noch, was uns das gebracht hat. Obwohl, nee, das gucken wir in der nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt, sieh's, this war of mine. Damit verabschiede ich mich und sage bis morgen. Tschüss.